Tor. Ausgleich. Die Leyva Kusanö machen die Bude. Kamplich mit einer punktgenauen Flanke auf den zweiten Pfosten. Kalhanoglu läuft ein und köpft die Kugel aus elf Metern ins lange Eck. Hakan Alhanoglu Sternachter. Februar 1994 in Mannheim, Deutschland, ist ein türkischer Fußballspieler, der auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Er wird vorrangig als offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt und gilt als Freistoßspezialist II. Seit der Saison 2014-15 steht er beim Bundesligisten Bayern 04 Leverkusen unter Vertrag.